Heute werde ich euch mal ein bisschen ausführlicher die Werkzeuge von HC Maschinentechnik vorstellen. Ich habe euch ja schon in ein paar Shorts gezeigt, wie die Fräser performen und da ist noch lange nicht Ende der Fahnenstange, also um Gottes Willen, da habe ich mich gerade mal ein bisschen herangetastet und heute will ich auch nur mal auf die Werkzeuge speziell fürs Holz eingehen, ja der Planfräser ist jetzt nicht nur für Holz gedacht, aber den habe ich jetzt trotzdem mal hier mit reingepackt, weil ich da nämlich auch ein paar Aufnahmen zu gemacht habe. Wie ich den auch im Holz verwende, die blende ich euch auch jetzt nachher mal ein und ja, die Schnittwerfte, die sind sehr, sehr konservativ, weil es für mich das erste Mal war, dass ich so einen Planfräser benutze. Funktioniert auch sehr, sehr gut in Alu, da werde ich euch auch noch mal kurz einen Clip zeigen, auch da, das war auch nur manuell Verfahren, was ich da gemacht habe, einfach nur um mich ein bisschen ranzutasten, weil so einen großen Fräser habe ich tatsächlich noch nie mit meiner Maschine. Ja, heute werden wir auch hauptsächlich eigentlich den hier sehen, den 8mm 2-Schneider mit der DLC-Beschichtung, der hat eine gerade Schneide, sehr schön für Holz, der hinterlässt auch ein sehr, sehr schönes Finish und der ist auch sauscharf, wie eigentlich alle Fräser von denen. Dann werden wir hier den kleinen Gravierstichel noch sehen, 6mm Gravierstichel, den habe ich noch nicht benutzt und den 10mm Phasenfräser von HC Maschinentechnik. Der hat einen 90 Grad eingeschlossenen Winkel und der hat einen 30 Grad eingeschlossenen Winkel und die werde ich, also den, den und den werde ich jetzt heute mal verwenden. Die habe ich jetzt einfach nur noch so mit da reingepackt, weil das eigentlich das Holzfräser-Lineup ist, was ich jetzt von HC Maschinentechnik habe. Und auch die zwei hier, die habe ich auch schon benutzt, den 6mm Holzfräser mit der geraden Schneide und der 1mm Holzfräser mit einer geraden Schneide. Da kann ich euch auch mal kurz einen kleinen Clip zu einblenden, wirklich nur ganz kurz. Funktioniert super, also die hinterlassen alle ein richtig schönes Finish. Ich habe damit jetzt hauptsächlich Esche und Eiche gefräst und ich muss sagen, also da ist noch lange nicht Ende der Fahnenstange. Ich bin da immer noch dran, so ein bisschen die Grenzen auszuloten. Ich will da jetzt auch keinen Fräser kaputt machen, um Gottes Willen, aber da geht schon ordentlich was. Und ich finde, also ich habe jetzt mit dem hier, ich glaube, was waren das, 10mm tief zugestellt, bei 4,5m die Minute Vorschub. Und ich glaube 20.000 Umdrehungen oder 25.000 Umdrehungen die Minute, der geht durch wie Butter durch die Eiche. Also das ist echt krass. Da geht auch noch mehr, also da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Und in einem späteren Video werde ich euch dann die Alufräser von HC Maschinentechnik noch vorstellen. Die kann ich euch auch nochmal kurz zeigen. Weil da habe ich jetzt tatsächlich noch keine Gelegenheit dazu gehabt, die jetzt schon mal auszuprobieren. Aber da habe ich halt diesen kleinen hier. Das sind alles Einschneider, die ich da habe. Das hier ist jetzt der, wo steht es, 1,5mm Fräser war das. Das hier ist dann der 8mm Einschneider. Und ich habe da jetzt bewusst auch die blanken, sage ich mal, genommen. Weil ich auch einfach mal wissen wollte, wie sich das so verhält. Weil ich tatsächlich noch nie so viel mit blanken Fräsern und auch mit poliertem Schneiden oder poliertem Spanraum da gearbeitet habe. Also, ja, die sehen auch wirklich schon sehr, sehr hochwertig aus. Das ist jetzt der 6mm Fräser. Und auf den hier bin ich auch sehr gespannt, auch das erste Mal für mich, dass ich so einen Fräser benutzen werde. Das ist der hier mit der Wendeschneidplatte. Und wie nennt der sich? Das ist... Ja, 12mm Durchmesser. Also, das ist der Schaftfräser mit Wendeschneidplatten. Und ein 12mm Durchmesser. Da bin ich auch mal gespannt, wie meine Maschine sich da verhält mit dem Fräser. Ja, wie gesagt, mit dem Planfräser, da sind dieselben Wendeschneidplatten drin. Hat super funktioniert. Und ich denke mal, das wird bei dem hier jetzt auch nicht anders sein. Aber ja, wie gesagt, den hier das erste... Oder so eine Art Planfräser das erste Mal verwendet. Und so ein Fräser an sich, Schaftfräser, auch das erste Mal in Verwendung. Aber das kommt in einem späteren Video. Das zeige ich euch dann mit den Alufräsern. Heute machen wir wirklich mal nur kurz Holzbearbeitung. Und wie gesagt, kurz die Vorstellung von den Fräsern. Jetzt muss ich mir die zwei hier noch einspannen und vermessen. Und dann legen wir auch schon los mit der Bearbeitung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Ja und wie ihr jetzt hier seht auf den Bildern, das sind jetzt nur kurz zwei kleine Bilder von dem fertigen Wappenrohrling, den ich da gemacht habe aus Eiche. Die Kante, die ist nicht geschliffen und auch die Oberfläche von der Tasche, die ist nicht geschliffen. Also die Fräser, die hinterlassen echt ein super Finish, genauso bei der Esche, bei den Bildern, die ich euch da am Anfang vom Video gezeigt habe, da war nichts geschliffen. Das ist alles so von der Fräse runter und das Finish, das ist wirklich super. Also ich kann die Fräser wirklich nur empfehlen. Die Links findet ihr dazu unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen Leute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.